Wenn man den Namen der Gegner Glauben schenken darf, dann kann es wieder was auf die Mütze geben, wie damals auf Clubhouse. Die spielen wohl alle zusammen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Warum ist der Russe so ausgegraut? Aha, jetzt hat er ein Bildchen wie du. Ja, sogar eher fertig als du. Du hast nichts wöchentliches mehr, oder? Ich muss nur einmal Britte gewinnen und zwei Pistolen-Eliminierung machen. Zum Glück hat er eine Sack da oben wiederbeleben wollen vor mir. Ach ja, Abstaubung. Nee, kann er. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Hätte ja auch ganz woanders sein können. 61, 63, 106, 119 und 122 bei den Gegnern. Deswegen dauert es auf jeden Fall länger. Ach, ich dachte, da kommt jemand hinter mir an. Das war, was bist du? Also im Sinne von eben ein Mensch, kein Troll. Okay, oben. Ganz oben. Ich fahr aber mal abseits dessen. Etwas herum. Hab schon, haben sie. Komm. Mach sie tot. Noch 10 Sekunden. Luke ist schon oben hoffen. Kann man da hochhelfen? Einsatz in 5 Sekunden. Nee, ist so hoch. Meinst du? Versuch's doch mal. Nee. Versuch's. Ich will meine Kamera behalten. Hier kennt eh kaum einer die Kameras. Von daher kümmere ich mich mal mit rum. Na ja, ist gut. Kannst du dich noch ums Tor kümmern, weil das dauert für mich zu lange. Meine Munition ist verbraucht. Ich guck schon mal rein. Es ist nicht kaputt, keine Mine. Hm. Nee. Ich steck mal das Fenster. Oh, schon zu spät. Also, an der Treppe ist jemand. Ist auch noch eine Kapkanmine auf der Seite. Wo gelb ist es? Eine Kapkanmine. Ja, hier auf der anderen Seite ist auch eine Person. Äh, ja. Der hat mich gerade. Das war Jäger. Jäger am anderen Treppenhaus. Boah, wie gut er mich sieht. Oh, diese Jäger da drüben. Naja. Die Kameras hat was nutzend. Fensters noch was? Wie spät die Rückmeldung kommt, dass der tot ist. Na, ist so. Und Jäger haben sie auch. Zeit für dein Eis. Für dein nächstes. Auf dieser Karte. Meine Kameras gerade... Hm. 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 Das war der Jäger. Bei uns haben wir ein Level 76er, ein Level 5er und ein Level 9er. Creme, da da cremen. Weil wir bekommen zwei so niedrige und die bekommen gar keinen. Na gut, die spielen auch zu viel zusammen. Womöglich in einem Trupp oder... Das ist ganz, ganz großer Zufall. Hm. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Stattbestörsender. Boah, hier gibt es so viele Eingänge. Das ist nicht gut. Da ist schon eine Kamera. Die ist schon drin. Die müsste gleich finden. Ach, Twitch-Lead steht hier auch schon drin. Nein. Wurde entdeckt. Wurde entdeckt. Wir haben gar keine Ansage vor dem Chefkoordinator. Fünf Sekunden. Ich wurde entdeckt. Fünf Sekunden. Schon wieder. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Na egal. Jetzt können sie kommen. Sitz, gestörs hinter allen. So, gibt es noch eine Wand. Oh, Kairos wurden angebracht bei der Wand. Im... Osten. Oioioioi, was hier rumfliegt. Achso, die Bahner versucht es fleißig. In meinem Rücken. Ja, also wenn sie dreimal gemacht hat, dann ist es vorbei. Zweimal dürfte sie haben. Plus, die kann ja jemand wieder entfernen, die Störsender. Und dann kann sie nochmal zünden. Oh. Das heilt sich irgendwo jemand ab. Ja, nebenan ist jemand. Im Osten. Tötschtrohne fährt rum. Hm. Die macht noch abwärts. Störsender findet wieder was. Das Glas macht ein Lärm. Ist jemand drunter gehöpft vor dir irgendwo? Das ist meine Nachricht nach. Das ist Frau Frost. Hm. Ich steck mal die Tür ab. Gucken, ob sie es nochmal probiert. Na, jetzt lässt es schön sein. Ich wollte keine Lust, hier stehend umgebracht zu werden. Eine Minute haben sie noch. Einfach nicht rein. Oh, ich höre das. Jetzt drückt was vor. Störsender hat. Habs. Ein was zumindest. Nein, Fragezeichen. Über uns. Hammermann. 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 Ich hab ein Missy, aber ich treffen. Nicht. Wollt zusammen. Doch. Hast du gesehen? Ich hab ein Missy, aber ich treff ihn. Nicht. Sind das war immer so hell hier? Das war gar nicht. So. Das ist geschummelt von Ubisoft. Das war gar nicht so hell. Wir sind ja schon wieder zu... Achso, ne. Doch nicht. Ich dachte, wir sind schon wieder zu viel. Äh. Hier sind wir ja. Ja. Aber bei dem... Auf unserer Ebene... ...ganz schön lange gebraucht. Hab mir erst etwas angeguckt, aber hat nicht geschadet. In dem Sinne. Du Angucker. Man muss ja erst mal seine Gegner genau inspizieren, bevor man zuschlägt. Schwachstellen ausmachen. Naja. Ihr müsst die Geisel finden. Was war seine Schwachstellen? Hm. Dass ich ihn so lange angeguckt habe und er damit nicht klarkam. Das hab ich sofort erkannt. Okay. Hier nix. Da wo wir waren auch nicht. Na, da wo oben. Kamerafrau, dann hier unten schon rum. Dann werden sie da wo sein. Ja, jetzt hast du mich überwunden. Ne, wir sind hier... ...geisel gesichtet. Ne? Botanikgarten. Ah, nein! Gibt's doch nicht. Oh. Hat irgendwas... ...n Gerät aufgestellt. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Versuch doch mal jetzt die Duke. Die ist so. Geisel entdeckt. Oh, ich sehe ich gerade. ...aktiviert. Hast du die Fußballkamera schon? Ja. Wieso ist hier die eine Wand verstärkt worden? Guck mal, da wo ein Gegner drin ist. Schaffton in Einsatz. Ha, Kamera! Geil. Dann war es... Da liegt die auch irgendwo, guckt Kameras fröhlich. Hättest du ja messern können. Alle Außenkameras zerstört. Ich würde ja ganz gerne oben reingehen. Aber ich würde erst mal gucken, ob jemand auf der anderen Seite hockt. Oh Gott, das ist... Äh... Nicht ja niemand zu sein. Dann komme ich mal mit rein. Dem Esch hinterher. Der Esch. Dem Esch. Hat er die Kamera eigentlich kaputt gemacht. Na, bei mir bleiben! Bei mir dranbleiben. Schon tot bei mir hier. Das Stück. Bin gerade alleine drin und warte vielleicht auf Unterstützung. Oben Treppenhaus bin ich rein. Bin aber gerade hier bei der Geisel. Ach man. Jetzt weiß ich nicht, ob das im Obstladen hockt oder nicht. Ich glaube es hockt im Obstladen, da ist nämlich Lärm. So, Wörke, wie ist drinne im... Ja, Obstladen ist ein Deutscher und also in der Treppe. Der Bandit. Ach man. Ja, ist klar. Er kriegt mich auch instan. Ruk und Wörke, die sind im Raum drinne. Die haben auch eine Luke nach unten offen. Hi. Die können nach oben rennen. Scheiße, jetzt können sie von beiden Seiten kommen. Was macht er denn oben auf? Ach, Twitch. Ich sehe das bloß nicht so schnell. Ich habe ja kaum eingeschränkte Sicht. Das siehst du auch durch Gegenstände hindurch. Toll. Was? Hat noch C4. Toll, jetzt kommt er gleich von hinten an, der eine Sack. Komm mal. Ja, seitwärts, von hinten. Der Bandit. Da geht es diesmal durchzuschießen. Das klappt so oft nicht. Mann, ey. Oh, wir sind wieder zu fünft. Hoi. Immer noch ein Pistulen gehen. Ne, zwei waren es ja. Das waren zwei. Jetzt versuchst du es mit Carvera, oder? Die erste Runde, was haben wir das? Ah, okay. ASS-AS. Ich habe wieder vergessen. Letztens hat kein Pistolenkeler mitgezählt. Mit Carvera bei mir. Tja, du verletzt sie auch meistens nur. Ne, ich habe erschossen. Der Pistole. Dann mag Ubisoft dich nicht. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum... Toll, jetzt sind wir hier oben. Verstärbe die Wand! Wand verstärkt! Toll. Wo soll man hier wieder draußen sein? Word entdeckt. Hier kann man nirgendswo grapschen, wenn wir hier oben sind. Sie halt auffahren. Ihr muss auf jeden Fall wieder tütschen. Okay. Es bleiben zehn Sekunden. Ah, Treppaufahren wird schwierig für die. Es bleiben fünf Sekunden. Nein, hier ist eine Kamera bei mir gewesen. Hier gibt es Nachrichtkontakt zur Geisel. Leitung läuft! Wechsel das Magazin. Wir sind aber rein. Bei mir kommen sie schon an. Hab ein Problem. Schade. Oh, das war Smoke. Ich dachte, was kommt denn jetzt hier an? Hier macht Glass. Oh, da schien... Ja, was? Ich bin doch schon weg, Mann! Was ist denn das, bitte? Na, jetzt sterben die da bei der Geisel. Ich bin bei ihm gar nicht mehr zu sehen. Also muss ich zurück. Drei über dir. Was macht ihr denn? Was macht denn der andere da unten? Man, Leute. Weiß es nicht. Ey. Switch hatte kaum noch Leben, ey. Kaum noch Leben, ey. Ich weiß nicht, was ihr da unten... Ich bin zumindest zurück, als es hieß nur noch zwei von uns. Der andere, der war viel dichter dran, denn noch. Ja, es gab etwas auf die Mütze. Lag zum einen daran, dass die anderen gar nicht mal so schlecht gespielt haben. Ich gedenke mal an Jäger. Wir haben uns aber auch nicht so toll angestellt. Ja, und so kam das bei raus. Na, vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, gegen andere Gegner spielen. Und vielleicht auch mit anderen Mitspielern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.